Mein Name ist Star. Mit zwei R. Den Namen habe ich von meinem Daddy. Garden Heights. Mama und Daddy sagen, wir gehören hierher, weil hier unsere Leute leben. In die Highschool geht man, um verprügelt, high oder schwanger zu werden. Da gehen wir nicht hin. Williamson ist eine andere Welt. Darum gibt's hier eine zweite Version von Star. Bis zum Wochenende. Was geht? Was hast du getrieben? Klar, du chillst jetzt nur noch mit den weißen Kids. Halt die Klappe! Raus aus dem Wagen. Justa, ist okay? Just tu, was er gesagt hat. Kahlil, ich mein's ernst. Geh wieder zurück. Garden Heights ist in Aufruhr, nachdem heute ein 17-jähriger schwarzer Teenager von einem weißen Polizeibeamten erschossen wurde. Gewalt. Brutalität. Wir leben in einer komplizierten Welt. Ich finde das überhaupt nicht kompliziert. Es geht dabei nicht nur um Kahlil. Es geht um Schwarze, es geht um Arme, um alle, die ganz unten sind. Ich muss für Kahlil sprechen. Wenn du bereit bist zu reden, dann red. Lass nicht zu, dass man dich zum Schweigen bringt. Ich hab dich nicht ohne Grund Star genannt. The Hate Your Gift. The Hate Your Gift.